So Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch noch kurz sagen, und zwar habe ich einen zweiten Kanal, wo ich nur Pokémon Unite hochlade. Das Spiel gibt es aktuell nur auf der Switch, aber nächsten Monat kommt es nämlich auch für Handy, beziehungsweise für iOS und Android Geräte raus. Wenn ihr euch interessiert mit Pokémon, Leute, abonniert gerne den Kanal, dort gibt es nämlich auch, ich denke, eigentlich wollte ich jede zwei Tage ein Video machen, aktuell mache ich sogar Daily Videos. Ja, checkt gerne den Kanal ab, Link ist unten in der Beschreibung, Leute, aber ganz wichtig, abonniert bitte den Kanal, auch nur, wenn ihr die Videos anguckt, ihr seht, ich habe jetzt 845 Abos und meine Views sind so alle über 1300, das ist mega, mega nice, ist auch gut für den YouTube-Algorithmus, also wenn ihr Pokémon feiert und ihr dort Content nicht verpassen wollt, abonniert gerne meinen Zweitkanal. Ni hau meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, oh mein Gott, ihr wollt es so, heute ist es soweit, heute werden wir uns den Jetski Leon, äh Jetski Leon, Jetski Jackie kaufen und ja, minus 25.000 Star-Punkte, ja, ich hülle den Skin schon, muss ich sagen, aber ihr wisst ja Leute, das Ziel ist, die eine Million Star-Punkte zu kriegen. Ähm, ja, Leute, lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute, denkt daran, ganz wichtig, wenn ihr euch Juwelen aufladet oder so, tragt gerne Crater-Code-Punkte, würde mich sehr freuen. Und ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da auf diesem Video, ich würde sagen, wir können ihn uns in 3, 2, 1, let's go. Joa, oh, minus 25.000 Star-Punkte, das tut so weh, einmal bitte einen Rip in den Kommentaren alle. Und ja, Leute, guckt auf jeden Fall das Video bis zum Ändern, ich sehe hier, es ist eine 1 vs. 1 Map und ich habe da tatsächlich 3 Questen mit Jackie, habe ich gesehen, die wollen wir jetzt noch ein bisschen machen. So, let's go, ihr seht hier, 3 Questen, 1, 2, 3, 4 sogar, Leute, ich habe sogar 3 Hot-Song-Questen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut. Ich würde sagen, let's go. So, let's go, Leute, erstes Game. Tatsächlich habe ich jetzt 2 Minuten gesucht, was mega, mega heftig ist. Und ich muss tatsächlich noch meine Brawlpost auf dem 2er Account durchspielen. Leute, das können wir gerne mal in dem, also on dem Stream machen. Ich habe gestern gestreamt, war auch ein nicer Stream. Sehr viele Leute am Start. Nice. Achso, genau, was ich euch noch erzählen wollte. Ich mache jetzt auch eine Mini, also ich mache jetzt nicht unbedingt eine Pause, aber ich leite hier trotzdem jeden Tag ein Video hoch. Aktuell warte ich ein bisschen bis Sommer, also wenn die Schule etc. wieder beginnt, dann sind auch wieder mehr Leute am Start. Dann werde ich auch mal wieder eine Season pushen. Das habe ich ja jetzt eine Weile nicht mehr gemacht. Oh ne, lol, ich komme nicht mehr weg. Falls ihr euch wundert, warum meine Stimme gerade ein bisschen weg ist, ich bin gerade erst aufgestanden und habe mir gedacht, ich drehe mal direkt ein Video für euch, auf Ehre. Oh mein Gott, das ist echt close. Oh nice, er springt weg. Oh, ich muss hochgehen. Oh, das ist nicht gut. Come on, dude. Let's go. Oh ne. Oh, ich muss ihn. Let's go. Oh, let's go, Leute. Erstes Game gewonnen direkt. Mal gucken, wie die Quest aussieht. Oh, die erste Quest haben wir schon mal abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Runden. Let's go. Ihr wisst Bescheid. Kein Privathelikoptertank, ne? Oh. Oh. Oder Jackie ist auch so ein komisch. Aber ich muss auch sagen, dieser Skin, oh mein Gott. Dieser Skin sieht schon nice aus, Leute. Aber dieser Modus ist halt, beziehungsweise diese Map ist halt jetzt, ja. Ja, meh. Oh mein Gott. Ja, ich kriege die nicht tot. Rosas Hardcounter gegen Jackie, ne? Gut, Leute, dann haben wir das zweite Game verloren. Die Map geht noch acht Minuten. Ich weiß nicht, ob ich noch rechtzeitig Games finde. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis gleich. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, wir machen noch ein letztes Game. Ein letztes Game. Wir müssen ja das Video nicht auf acht Minuten strecken. Ist ja Quatsch. So. Auf no Sellout Basis, Leute. Deswegen tragt gerne Creator Code Buki ein. Komm. Macht erst meine Gesicht. So nicht. Wir wollen ja noch eine Quest machen, Leute. Eine Quest wollen wir ja noch machen. Wenn wir hier schon dabei sind. Oh mein Gott. Das tat weh. Oh nee. Warum? Meine beiden Teammates gammeln oben. Meine Shelly muss eigentlich runtergehen, ne? Ach, ich weiß nicht, was die macht. Egal. Oh, Baby. Nee. Nein. Okay, gut. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Etwas günteres. Lasst unbedingt ein Like da, Leute. Wie gesagt, Kuss geht raus für euren Support. Wir sehen uns spätestens morgen bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao, ciao.